Hallo und guten Tag! Mein Name ist Martin Brundiers und ich bin Neuwagenverkäufer im Autohaus Paul Lüßke in Kloppenburg und ich habe das große Vergnügen heute an diesem Freitag in unserem Freitagsvideo in die neue T-Klasse vorstellen zu dürfen. So und jetzt stehe ich hier vor dem neuen Auto. Mein Kollege der Ronnick hat netterweise auch noch die alte oder die Vorgängerzielklasse dazu gestellt, damit ihr mal im Vergleich sehen könnt, neu zu alt. Wir haben hier unseren neuen Vorwühlwagen in dem neuen Mojave Silber, wie ich finde eine sehr sehr schöne Farbe, mit den LED High Performance Scheinwerfer, die es dann heute auch als Multi-Beam gibt mit 84 einzeln einschäubaren LEDs. Dazu das neue Grill mit der Pin-Optik in Chrom, die neue Stoßstange übernommen von der neuen E-Klasse und auch S-Klasse mit diesen Querstreben, die wir in der alten C-Klasse noch nicht hatten. Dazu hat dieses Fahrzeug, wie ihr unschwer erkennen könnt, auch das Night-Paket, erkennbar durch diese schwarze Leiste in schwarz glänzend, dazu die Außenspiegel in schwarz glänzend und die Fensterrahmeneinfassung in schwarz glänzend. Dann sollten wir einmal nach hinten zum Fahrzeug gehen, weil da hat sich auch noch ein wenig geändert oder wie ich finde gravierend geändert. Von hinten jetzt haben wir die neuen Rückfahrleuchten in dem C-Shape Design, wie Mercedes-Benz das nennt und die neue Stoßstange gegenüber dem Vorgängermodell. Das sind schon einzelne Komponenten, die ich erklären darf. Noch mal ganz kurz dazu gesagt, die neue C-Klasse soll oder hat 6500 neue Komponenten in der Modellpflege bekommen. Jetzt gehen wir noch mal kurz in das Fahrzeug, damit ich Ihnen noch mal die Neuheiten erklären kann. So und jetzt sitze ich in dem schönen neuen Auto und habe gleich das große neue AMG Lenkrad vor mir, wie ich finde sehr sehr schön, auch übernommen von der E- und S-Klasse mit den Touch-Control-Buttons und dem neuen voll digitalen Display in einer Auflösung von 12,3 Zoll. Rechts daneben das große Hauptdisplay, wo Radio, Telefon und Navigation angezeigt werden kann. Was dann noch neu dazugekommen ist, ist dieser Start-Knopf, Start-Stop-Knopf, auch übernommen aus der E-Klasse, sieht jetzt ähnlich aus bei der E-Klasse. Was ich euch sehr gerne zeigen würde, aber leider jetzt heute nicht zeigen kann, ist die neue Ambientebeleuchtung. Die Ambientebeleuchtung hat im Innenraumlichtpaket jetzt eine Funktion mit 64 verschiedenen Farben, was ich persönlich sehr sehr interessant finde. Alles andere, was ihr zu dem neuen Auto wissen möchtet, wissen wollt, gerne morgen ab 9 Uhr haben wir Vorstellung der neuen C-Klasse bei uns im Autohaus Lüßke in Kloppenburg. Danke, bis dahin.